Das beste kostenlose Girokonto 2021. Jedes Jahr möchten wir mit unserem Girokonto-Vergleich zeigen, welche Anbieter im Markt momentan besonders attraktiv für uns Kunden sind. Denn der Markt bewegt sich und viele Banken versuchen mit neuen Zusatzleistungen und günstigen Konditionen zu locken. Doch welches Girokonto eignet sich für wen und wo liegen die vor, aber auch Nachteile? Das alles erfährst du in diesem kurzen Video. Also los geht's! Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um unseren Girokonto-Vergleich 2021 und welche Anbieter unserer Meinung nach momentan ein gutes Angebot haben. Dabei haben wir uns nicht nur auf die etablierten Banken konzentriert, sondern auch speziell mal geschaut, welche neuen und innovativen Anbieter verfügbar sind und was diese vielleicht sogar besser machen als andere. Grundsätzlich gibt es ja drei große Arten bzw. Typen von Banken. Erstens die klassische Filialbank, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, Commerzbank, Volksbank, aber auch die Sparkassen. Zweitens die Internet- und Direktbanken. Und drittens die sogenannten Neobanken, also Neubanken. Alle haben natürlich allein von ihrem Geschäftsmodell her schon Vor- und Nachteile. So kann man bei den Filialbanken in eine Filiale gehen und sich persönlich beraten lassen und wenn man Glück hat, sogar einen eigenen Ansprechpartner haben. Auch wenn das leider immer weniger wird und auch die Filialbanken versuchen, dies alles zentraler abzuwickeln, um Kosten zu sparen. Denn klar, Filialen und Mitarbeiter vor Ort kosten einfach Geld und das merkt man immer mehr bei den Gebühren und der schrittweisen Einschränkungen des Services. Kostengünstiger sind deshalb meist die Internet- und Direktbanken, da diese ja in der Regel keine eigenen Filialen oder zumindest nur in sehr geringer Zahl haben und finanzieren müssen. Aber auch dort ist der Kostendruck mittlerweile immer spürbarer, da die niedrigen Zinsen auch für diese Banken das Wirtschaften schwerer machen. Dennoch, wer Geld sparen möchte, wem eine telefonische Betreuung reicht und wer sowieso eher online seine Finanzen managt, der kann dort gut aufgehoben sein. Und dann gibt es noch die erwähnten Neobanken. Diese versuchen bewusst anders zu sein als der Markt, was sowohl ein Vor- als auch Nachteil sein kann, wie wir noch sehen werden. Außerdem besteht dort natürlich auch bei ganz jungen Unternehmen immer die Gefahr, dass diese bei Misserfolg auch einfach wieder geschlossen werden und eben auch keinen Ruf haben, den sie schützen müssen, also nicht so ganz doll auf die Qualität achten müssen, zumindest in der Theorie. Angst um sein Geld muss man aber auch dort in der Regel nicht haben, denn jede hier zugelassene Bank unterliegt einer sogenannten Einlagensicherung für Sparguthaben von bis zu 100.000 Euro. Wer allerdings darüber liegt, das soll es ja geben, der sollte diesen Punkt aber natürlich auch schon bedenken. Doch nun zum konkreten Vergleich, wobei wir die folgenden Kriterien unter anderem berücksichtigt haben. Erstens die Kontoführungsgebühren, außerdem Giro und Kreditkarte, eventuelle Dispozinsen, Bargeld abheben im In- und Ausland, wie verhält es sich mit dem Bezahlen im In- und Ausland und welche Gebühren gibt es, hat der Anbieter Apple und Google Pay und welche Zielgruppe gibt es am Ende bzw. unsere Meinung zum jeweiligen Anbieter. Starten wir dabei mit den Kontoführungsgebühren. In unserem Vergleich haben wir uns jeweils auf die kostenlose Kontovariante bei den Banken und Anbietern konzentriert. Einige Anbieter haben natürlich auch kostenpflichtige Angebote. Ob diese wirklich immer von Vorteil sind, sei mal dahingestellt und kommt einfach auch stark auf den Einzelfall an. In der Tabelle haben wir mal als Vergleich auch eine ganz klassische Filialbank mit reingenommen, in dem Fall die Berliner Sparkasse, damit du auch mal sehen kannst, dass gewisse Dinge einfach bei normalen Banken Geld kosten, was nicht unbedingt mehr sein muss und halt günstiger geht in den meisten Fällen. Denn wie du siehst, muss man nicht unbedingt 7 Euro oder vielleicht sogar mehr monatlich für ein stinknormales Konto bezahlen, wie bei der Sparkasse in unserem Vergleich, sondern viele Anbieter können dort mit einem komplett kostenlosen Konto punkten. Einzig die ING hat mittlerweile umgestellt und bei ihrem normalen Girokonto benötigt man nun einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro, damit dieses auch weiterhin kostenlos ist. Aber auch dort gibt es eine kostenlose Variante für junge Leute unter 28 und das dann ganz ohne Bedingung. Die nächste Kategorie betrifft dann die mit dem Konto zur Verfügung gestellten Karten seitens der Banken. Dabei gibt es sowohl Anbieter, die eine Girokarte ausgeben und eine Kreditkarte oder einige aus Kostengründen nur eine Kreditkarte, was meist bei den Neobanken so gemacht wird, die aber dann zur Nutzung des Kontos ebenfalls vollständig ausreicht. Wichtig, bei den Kreditkarten handelt es sich in der Regel um sogenannte Debitkarten, also Kreditkarten auf Guthabenbasis. Möchte man darauf eine Kreditlinie bekommen, die man dann in Raten abzahlt, wie bei einer klassischen Kreditkarte, dann muss man dies dort extra beantragen, wenn es denn von der Bank überhaupt angeboten wird und natürlich auch die eigene Bonität dafür ausreichend ist. Einzig bei der Norisbank kostet die Kreditkarte dann ab dem zweiten Jahr etwas Geld und bei der Berliner Sparkasse in dem Kontomodell sogar jedes Jahr 39 Euro, also schon deutlich teurer als bei den anderen. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass ihr diesen nicht nutzen müsst, wissen wir auch, dass nun mal viele dennoch auf ihn angewiesen sind und das ist unsere nächste Kategorie, nämlich der Dispozins. Schön ist, dass bei den gewählten Banken auch einige dabei sind, die nur noch rund 6 bis 7 Prozent pro Jahr an Dispozinsen erheben und bei sauberer Bonität die Hypovereinsbank sogar in den ersten 5 Jahren für Neukunden einen absoluten Spitzen-Dispot-Zins von 2,66 Prozent pro Jahr anbietet. Nach den 5 Jahren gilt dann allerdings wieder ein erhöhter Zins, der sich nach dem Status des Kunden in dem dortigen Vorteilsprogramm richtet, welches wir euch im Fazit noch genauer zeigen werden. Aber in den ersten 5 Jahren wirklich absolut günstig am Markt. Die Norisbank und Sparkasse schlagen hier leider in dem Bereich direkt zweistellig zu und erheben beide weiterhin über 10 Prozent Dispozins. Das muss einfach nicht sein und erschwert es ja auch wieder aus dem Dispo rauszukommen. Also Achtung! Bei den Neobanken, Vivid und der Open Bank ist darüber hinaus überhaupt gar kein Dispo möglich. Für den einen oder anderen ist das dann wohl auch ein Ausschlusskriterium. In der nächsten Kategorie haben wir uns angeschaut, wie es sich mit dem Abheben von Bargeld im In- und Ausland verhält und zeigen, wie viele Abhebestellen es bei der jeweiligen Bank in Deutschland gibt. Dabei kann man sagen, dass es zum Glück immer mehr Banken gibt, mit dessen Karte man an allen Geldautomaten, beziehungsweise an fast allen der knapp 60.000 Geldautomaten in Deutschland abheben kann. Das ist dann meist mit der Kreditkarte und allen Automaten, entweder mit dem Visa oder dem Mastercard-Zeichen möglich, je nachdem für welchen der beiden großen Anbieter sich die ausgebende Bank entschieden hat. In der Tabelle siehst du, dass es bei sechs von neun Anbietern dadurch rund 58.000 Geldautomaten gibt, wo man eben kostenlos Geld abheben kann hierzulande. Teilweise gehen immer mehr Anbieter auch dazu über, dass man ein paar hundert Euro seines Kontoguthabens auch bei gewissen Geschäften im Einzelhandel abheben kann, als zusätzliche Möglichkeit. Je nach Vertrag der Bank können das dann nochmal zusätzlich bis zu 20.000 Händler und Filialen sein. An sein Geld kommt man also im Alltag immer irgendwie, egal bei welchem Anbieter. Die Comdirect und die Hypo Vereinsbank fallen hier etwas ab im Vergleich, da dort nicht alle Automaten kostenlos sind, sondern nur die 9.000 Automaten der Cash Group. Wichtiger Tipp, bei manchen Banken kommt es aber auch darauf an, welche der beiden zur Verfügung gestellten Karten man verwendet beim Abheben, so ist die mitgelieferte Girokarte meist nur bei den eigenen Automaten zur Abhebung zu empfehlen und sonst eben lieber die Kreditkarte. Bei den Neobanken gibt es darüber hinaus auch noch Begrenzungen von der Anzahl der Abhebungen, zumindest in den kostenlosen Modellen oder auch des Betrages. Vivid beispielsweise erlaubt nur 200 Euro kostenlos im Monat oder die N26 und die Open Bank drei bis fünf kostenfreie Abhebung an Automaten pro Monat. Möchte man dann im Ausland in Fremdwährung Geld abheben, dann lohnt es sich genauer hinzuschauen bei den Preisen, denn je nach Bank ist dies dort immer noch kostenlos möglich, wie beispielsweise bei der DKB als Aktivkunde, der Comdirect, der Norisbank und bei Vivid bis eben zu den genannten 200 Euro. Ansonsten können nämlich auch gern mal Gebühren von 2,50 Euro pauschal oder auch prozentual von 1,6 bis 2,2 Prozent des Betrages vom Kunden verlangt werden. Wer viel reist, für den sicherlich nicht unrelevant. Auch beim Bezahlen im Ausland verhält es sich nämlich ähnlich und teilweise werden gerade außerhalb der Zahlungen in Euro gern mal Gebühren erhoben, wobei die DKB ihre Position als Bank für Vielreisende weiter verteidigt und dort egal in welcher Währung die Zahlungen frei von Gebühren bleiben, zumindest von Gebühren der DKB. Ähnlich bei den Neobanken rund um N26, wobei man bei der Open Bank dafür die monatlich flexible Option Travel Benefits für 7,99 Euro dazu buchen muss, man dafür aber auch weitere Vorteile erhält. Bei Vivid gefällt uns die Variante und Idee mit dem vorherigen Einrichten eines kostenlosen Unterkontos oder dort auch Pocket genannt, bei der man dann in der normalen Version schon Geld einfach in eine von 40 Fremdwährungen vor dem Urlaub umtauschen kann und bei der kostenpflichtigen Variante sind es sogar über 100 Währungen. Dann kann man dieses einfach im Ausland verwenden. In der nächsten Kategorie holen die Banken auf und fast alle Geprüften bieten mittlerweile sowohl Apple als auch Google Pay an. Natürlich können sich die genannten Punkte mit der Zeit auch ändern. Wenn du einen aktualisierten Girokonto-Vergleich haben möchtest, dann schaue doch auch gern mal auf unserer Homepage vorbei. Kommen wir nun aber zu unserem Fazit und unserer persönlichen Meinung zu den verglichenen Banken. Die DKB überzeugt uns weiterhin in sehr vielen Punkten. Sie ist ein absoluter Allrounder und das egal, ob als Gemeinschafts-, Studenten- oder Kinderkonto. Außerdem gibt es dort auch Depots, Tagesgeldkonten, günstige Kredite und Baufinanzierung. Das Depot ist zwar nicht das Beste am Markt, das gilt aber wohl für alle Banken hier im Test. Da raten wir lieber zu einem externen Anbieter, die wir ja auch schon verglichen haben für euch. Die DKB bleibt aufgrund der kostenlosen Nutzung weltweit für Kunden im Aktivstatus, für den man allerdings einen monatlichen Geldeingang von 700 Euro braucht ab dem 12. Monat und dem Notfallpaket mit sofort Bargeld und Kartenkasko, einfach Spitze für Weltenbummler. Sie hat die größte Auswahl an kostenlosen Geldautomaten und mit ihrem sogenannten Vermieterpaket geben sie außerdem eine Möglichkeit, mit günstigen Konten für Mietkaution, Instandhaltungsrücklage und Ähnlichem, diese gut zu organisieren und liefern auch gleich passende Versicherungen gegen Mietnomaden und Zahlungsausfall. Für private Vermieter wirklich ein toller Einstieg. Die ING bleibt die beliebteste Bank Deutschlands und mit Abstand auch die kundenstärkste Direktbank. Aber durch die Einführung des monatlichen Geldeingangs mittlerweile etwas eingeschränkt für gewisse Kundengruppen und Zweck. Ansonsten bietet sie ebenfalls Depots, Konten, Kredite und Ähnliches an und ist nach wie vor einfach sehr zuverlässig, was Technik und Programme angeht und auch der Kundenservice kann sich dort sehen lassen. Im Immobilienbereich ist sie außerdem für Nicht-Selbstständige eine sehr gute Adresse für Immobilienfinanzierung. Die Comdirect, das müssen wir leider sagen, hat in den letzten Jahren etwas an Boden verloren. Früher noch eines der besten Depots am Markt und dazu dann auch noch die damalige Zufriedenheitsgarantie und tollen Neukundengeschenke. Immer ein Kandidat für jeden Kontenvergleich ganz weit vorne. Aber Depots gibt es mittlerweile bessere und die eingeschränkte Anzahl an Abhebestellen ist einfach ärgerlich. Beziehungsweise, wie wir gesehen haben, das geht einfach besser. Und dann ist da noch die Sache mit der Commerzbank. Nachdem die Commerzbank mittlerweile nämlich komplett die Comdirect im Griff hat, sind viele der Bestandskunden etwas unsicher und es stehen dort wohl auch einschneidende Veränderungen an. Dafür kann man dort dann positiv gesehen wenigstens auch die Filialen der Commerzbank nutzen, also eine Kombination aus Direkt- und Filialbank in der Nutzung. Zur Norisbank können wir nicht viel sagen, denn schaut man sich die verglichenen Kategorien an, gibt es eigentlich kaum einen Bereich, wo sie richtig überzeugen kann bzw. hervorsticht. Wir können sie also weder positiv noch negativ hervorheben. Witzig ist nur, wenn man auf die Homepage schaut, dann ist auch sie von tollen Testsiegeln und Platz-1-Ergebnissen eigentlich fast übersät. Wir können noch nicht so ganz nachvollziehen, warum eigentlich. Einziger Vorteil ist dort vielleicht die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank, wo man dann beispielsweise an den Automaten Geld einzahlen kann. Es bleibt ein gutes und kostenloses Konto, mehr aber vielleicht auch nicht im Moment. Die Hypo-Vereinsbank hingegen hat sogar 53 eigene Filialen in Deutschland und kann in den ersten fünf Jahren mit wirklich tollen Konditionen, insbesondere beim Dispo glänzen. Neukunden kommen dann automatisch für fünf Jahre in den sogenannten Gold-Status, welcher Vergünstigungen in vielen Bereichen dort mit sich bringt. Für den man aber nach fünf Jahren auch bei der Hypo viele unterschiedliche Produkte abgeschlossen haben muss. Ob es aber wirklich zu empfehlen ist, dass man den Großteil seiner finanziellen Verträge bei nur einer Bank haben soll, das würden wir mal ganz höflich in Frage stellen. Wer das aber sowieso vorhat, der kann dort richtig sein und die Benefits eben gerade in den ersten Jahren für sich nutzen. Die Neobanken in unserem Vergleich haben unterschiedliche Zielgruppen. N26 ist und bleibt wohl erstmals der moderne, aber dennoch schon etwas etablierte Anbieter am Markt. Mit den momentan vier unterschiedlichen Kontenmodellen kann man dort das passende für sich raussuchen und viele Erweiterungen dazu buchen. Weiterhin angesagt bei vielen bleibt die Metallkarte, dann allerdings im teuersten Paket für fast 17 Euro im Monat, aber dann auch mit einem Versicherungspaket, mehr freien Abhebungen und weiteren Features. Leider gibt es nach wie vor keine telefonische Kontaktmöglichkeit für Kunden mit dem kostenlosen Konto, was wir wirklich sehr schade finden. Es geht ja immerhin ums eigene Geld. Was man aber schon sagen kann, die Neobanken versuchen bewusst anders zu sein und sich gewisse Dinge einfach zu sparen. Dafür dann aber auf der anderen Seite innovativer und experimentierfreudiger. Ganz toll finden wir persönlich sowohl bei N26 und bei Vivid die Funktion mit den kostenlosen Spaces und Pockets oder auf Deutsch einfach ausgedrückt Unterkonten. Bei Vivid kann man dabei sogar schon im kostenlosen Tarif bis zu 15 Unterkonten anlegen, wobei jedes sogar eine eigene IBAN bekommt und dadurch eigenständig nutzbar ist. Bei der N26 sind es im Standardkontenmodell hingegen nur zwei Spaces, aber für die grobe Einteilung seiner Finanzen ja schon ein guter Anfang und bei den meisten klassischen Banken bis heute unvorstellbar. Vivid versucht als Anbieter außerdem richtig schnell Marktanteile zu gewinnen. So gibt es die gefragte Metallkarte dort schon im kostenlosen Kontenmodell und besonders die künftigen Neuerungen, alles was dort so geplant ist, sind recht spannend. So gibt es dort auch ein Cashback-Programm, was zwar auch andere haben, aber man soll in Zukunft sowohl das eigene als auch das durch das Cashback-Programm angesparte Geld in über 1000 Aktien und ETFs investieren können und dabei sollen US-Titel komplett kostenlos erwerbbar sein. Wir sind gespannt, was dort noch kommen wird und ob man das Ganze auch umgesetzt kriegt. Denn Pläne sind das eine und die Umsetzung das andere. Die Open Bank von der Santantere ist in Sachen technische Innovation da etwas vorsichtiger, bietet aber auch gute Konditionen und die Erfahrung der Santantere Bank im Hintergrund. Dort kannst du als Unterkontenersatz einfach kostenlose Tagesgeldkontos eröffnen und erhältst dort fast unschlagbare, und das ist schon schlimm, dass man das sagen muss, 0,5% PA. Und das ohne Geld- und Zeitbegrenzung am Markt fast einzigartig. Auch wenn man dazu natürlich sagen muss, dass auf einem Tagesgeldkonto nicht unbedingt viel Geld lagern sollte, aber wenigstens eine kleine Verzinsung als gar keine. Darüber hinaus sieht sich die Open Bank laut dem Pressesprecher sowieso für Menschen, die jung geblieben und weltoffen sind, die eine ausgeprägte Affinität zu Smartphones, nachhaltigem Konsum und sozialen Projekten haben. Das zeigt sie auch, indem man dort beispielsweise in unterschiedliche Hilfsorganisationen spenden kann und das entweder mit einem selbst festgelegten Betrag oder über eine Aufrundenfunktion. Gibt man dann als Kunde irgendwo 3,60 Euro beispielsweise aus, so kann man auch 4 Euro aufrunden und die 40 Cent Differenz werden angesammelt. Einmal im Monat wird dann der angesammelte Betrag gespendet an die vom Kunden gewählte Organisation. Eine moderne Variante, Gutes zu tun und auch eine schöne Idee. Es tut sich also viel am Bankenmarkt und die klassischen Banken müssen sich wohl etwas einfallen lassen. Eines ist klar, unnötige Gebühren lassen sich sparen und es gibt immer mehr interessante Erweiterung und Zusatzfunktionen, sodass für jeden von uns etwas dabei sein sollte. Leider schließen die Filialbanken ja auch immer mehr Filialen und auch die persönliche Beratung wird dort umgestellt. Das wird in den nächsten Jahren wohl ebenfalls richtig viel passieren. Ganz wichtig, wir wurden von keinem der genannten Anbieter bezahlt und das Video basiert rein auf unseren persönlichen Meinungen und auch Erfahrung. Außerdem können sich wie erwähnt die Konditionen ändern und auch wenn wir detailliert recherchiert haben, kann sich natürlich auch mal ein Fehler einschleichen. Wir geben aber unser Bestes und wollten dir mit diesem Girokontovergleich 2021 einen ersten Überblick verschaffen. Damit du weiterhin einen guten Überblick zu den Themen Steuern, Versicherung und Finanzen erhältst, abonniere doch am besten unseren Kanal, wo wir regelmäßig Videos zu den genannten Themen veröffentlichen. Außerdem freuen wir uns über jeden Daumen nach oben für dieses Video und auf das nächste Video mit dir, dein Finanznerd Simon.